Enggang eng zusammensitzen, jemanden Fremdes beim Feiern küssen, ohne die Inzidenz zu checken, essen gehen, ohne Masken einkaufen gehen, in die Schule oder in die Uni, nicht mehr abwägen müssen, ob man auf den runden Geburtstag geht oder nicht. Doch die Zahlen steigen. Wir sind auf einem neuen Peak in der Omikron-Welle angekommen. Die Pandemie macht uns müde und mürbe. Lässt uns Corona nie wieder los? LVZ, unsere Story. Der Podcast, der hinter die Recherche blickt. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge LVZ, unsere Story. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Nicole Gschieber von der Leipziger Volkszeitung und in unserem Podcast schauen wir hinter die Recherche. Hier spreche ich mit unseren Reporterinnen und Reportern über wichtige Themen aus Leipzig und Sachsen. Und heute geht es um die Corona-Pandemie. Mich persönlich macht das ja ein bisschen müde, darüber zu reden. Und in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen ist es immer wieder Thema, dass es halt super nervt. Ich denke, da sprechen wir aus der Seele von ganz, ganz vielen von euch. Allerdings wissen wir auch, dass es wichtig ist, weiterhin darüber zu sprechen und weiterhin darüber zu berichten vor allem. Was bewegt euch denn zurzeit am meisten? Oder zu welchem Thema wünscht ihr euch gerade eine Podcast-Folge? Schreibt uns gerne eine Mail an podcast.lvz.de. Zahlen steigen, Regeln bleiben. Lässt uns Corona nie los? Leipzig hatte am Wochenende ein volles RB-Stadion. Ansonsten fiel der Freedom Day in Sachsen vorerst aus. Die Omikron-Welle ebbt nicht ab. Wann kehrt die Normalität zurück? Da wir jeden Tag neue Zahlen zu Corona haben und wir in dieser Folge einige davon nennen, hier der Hinweis, wir nehmen am Mittwoch, den 23. März auf. Später ist Matthias Puppe bei mir zu Gast und nimmt uns nicht nur hinter seine Recherche mit, sondern auch hinter seine Zahlen. Oder hinter die Corona-Zeilen eher gesagt, das sind ja nicht seine Zahlen. Aber jetzt zum anderen Matthias. Wir haben heute zwei Matthias so hier, nämlich Matthias Wöpking. Ihr habt ihn eben schon gehört, das hat er geschrieben und jetzt ist er zu Gast bei mir. Hi Matthias. Hallo Nicole. Was fehlt dir denn am meisten zurzeit? Die Sorglosigkeit, also dass man Pläne macht, aber nicht davon ausgehen kann, dass das dann auch sich verwirklichen lässt. Das, keine Ahnung, meine Kinder Einladungen für ihren Kindergeburtstag in der Klasse verteilen, aber man auch nicht sicher weiß, ob das dann in zwei Wochen wirklich stattfinden kann. Eigentlich tun mir die jungen Menschen sowieso am meisten leid, weil zwei Jahre in einem jungen Alter eigentlich ein viel längerer Zeitraum sind, weil da viel mehr passiert, viel mehr Weichen gestellt werden, als jetzt bei jemandem wie mir, wo jetzt schon die meisten Dinge in geregelten Bahnen verlaufen. Ja, und die jungen Menschen haben bis zwei Jahre lang so viel Stillstand erleben müssen und auch einiges verpasst, denke ich, was sich vielleicht nicht immer alles nachholen lässt. Ich denke, da sagst du was Wahres und sprichst bestimmt auch so aus dem Herzen von vielen Zuhörerinnen und Hörern, die vor allem auch Kinder haben. Ich denke da gerne auch an meine Abi-Zeit zurück zum Beispiel, weil die einfach sehr grandios war. Und gerade 2020 denke ich mir die ganze Zeit, Mist, ey, was war das wohl für eine Abi-Zeit für die aktuellen Abiturientinnen und Abiturienten? Oder wenn man zum Studium in eine neue Stadt kommt und die Leute erstmal nur halt über Online-Konferenzen nur gesehen hat, da bilden sich ja keine Freundschaften und das ist ja eigentlich extrem wichtig. Ja, total. Du hast jetzt auch dazu einen Text geschrieben, also jetzt nicht dazu, dazu über Wünsche oder sowas, sondern dazu, ob Corona uns nie wieder loslässt. Das haben wir ja schon eingangs häufiger erwähnt. Kannst du ein bisschen davon erzählen, wie war die Recherche und mit wem hast du gesprochen? Ich habe eigentlich im Wesentlichen mit zwei Wissenschaftlern gesprochen. Das eine war Professor Christoph Lübbert, der ist Infektiologe sowohl am Klinikum St. Georg als auch am Universitätsklinikum von Leipzig. Und dann noch mit einem Psychologen auch von der Uni Leipzig, Professor Hannes Zacher und gefragt, wie das zusammenpasst, dass die Inzidenzen steigen und ursprünglich eigentlich es einen Freedom Day geben sollte. Der ist ja dann eigentlich mitten in der Recherche zum Glück vielleicht auch abgesagt worden und ja, dieser vermeintliche Gegensatz eben zwischen höchster Welle, die wir je erlebt haben in Sachsen, aber trotzdem ja auch vergleichsweise große Freiheiten angedacht sind und eigentlich auch schon viele verwirklicht sind. Dazu kommen wir auch nochmal ein bisschen später. Wie haben denn aber die Experten, mit denen du gesprochen hast, reagiert, als zurückgerudert wurde? Oder konntest du mit denen darüber überhaupt sprechen? Ja, also ich, genau, ich habe dann einen auch dann nochmal angerufen, weil es beim ersten Gespräch nicht noch anders war, als beim zweiten Gespräch. Ja, aber angesichts der Rekordinzidenzen waren eigentlich so mein Eindruck, alle, die sich damit auskennen, mit denen ich gesprochen habe, froh, dass jetzt nicht auf allen Schlag alle Beschränkungen weggefallen sind. Also Professor Lübert zeigt es sich eigentlich vor allem erleichtert, dass die Maskenpflicht in Innenräumen noch da ist, weil er das für eine relativ einfache, aber gleichzeitig hocheffektive Maßnahme, das sind ja seine Worte, hält, an die wir uns ja eigentlich, und das finde ich auch ganz gut gewöhnt haben, dass man im Supermarkt eben dann für eine Viertelstunde mal Maske trägt. Was ist denn heute anders als noch vor zwei Jahren? Also es gibt eigentlich zwei große Unterschiede zum Beginn der Pandemie, als die Zahlen ja viel niedriger waren und wir trotzdem erschrocken sind, keine Ahnung, wenn die Inzidenz von 49 auf 51 gestiegen ist, dann hatte das wahnsinnige Auswirkungen, das ist ja heute ganz anders. Aber als die Situation vielleicht dennoch gefährlicher war und der eine große Unterschied sind die Impfstoffe, die wir jetzt haben, natürlich. Wir haben zwar alle gelernt, dass eine Impfung nicht unbedingt vor einer Infektion schützt und auch nicht davor, das Virus weiterzugeben, aber sie schützt doch in den allermeisten Fällen vor einer schweren Erkrankung mit Covid-19. Und das gilt umso mehr, seit die zwar sehr ansteckende Omikron-Variante dominiert, aber Omikron macht eben weniger schwer krank und das ist der zweite Unterschied zu den früheren Corona-Wellen. Also das zeigt sich auch darin, dass die Intensivstationen anders als damals nicht überfüllt sind, wobei man auch sagen muss, dass wohl im Moment viele Corona-Infizierte auf den Normalstationen liegen und das ja auch die Krankenhäuser vor Herausforderungen stellt, weil die dann ja entsprechend isoliert werden müssen. Und gleichzeitig die Krankenhäuser selber das Problem haben, dass Beschäftigte entweder im Moment in Quarantäne sind, weil sie selbst infiziert sind oder, was ja auch sehr häufig gerade vorkommt, ihre Kinder Corona haben und sie deswegen zu Hause bleiben müssen. Es gibt also Personalnotstand an den Kliniken. Was raten denn da die Experten jetzt? Professor Lübber sagte, dass er sich vorkommt wie eine alte Vinyl-Schallplatte, die sich in Dauerschleife dreht. Also sein Appell ist, tragt Masken, haltet euch an die Hygieneregel und vor allem lasst euch impfen. Wir haben ja in Sachsen immer noch eine vergleichsweise niedrige Impfquote von so um die 65 Prozent doppelt geimpft und da gibt es schon die Befürchtung, dass uns das im Herbst dann auch die sechste Welle bescheren könnte. Wohingegen, und das ist jetzt ein wörtliches Zitat von Lübber, also er sagt mit Vernunft, Einsicht, Vorsicht und Rücksicht ist eigentlich jetzt schon fast alles wieder möglich. Am Wochenende war das RB-Stadion ja ganz schön gut ausgelastet. Was sagen die Experten dazu denn? War das so ein Superspreading-Event mit Ansage? Naja, das wird sich wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen an den Zahlen zeigen, wenn die Inkubationszeit vorbei ist und auch die Wartezeit, bis man als Infizierter mit seinem PCR-Testergebnis dann in der Statistik auftaucht. Generell sagen die Expertinnen und Experten eigentlich schon, dass Freiluftveranstaltungen weniger problematisch sind, als wenn sich viele Menschen gleichzeitig in Innenräumen aufhalten. Und jetzt konkret, was so ein Fußballspiel anbetrifft, wird es wohl auch entscheidend sein, jetzt nicht nur wie das im Stadion an der frischen Luft abgelaufen ist, sondern auch auf dem Weg dorthin in Straßenbahnen oder auf dem Weg zum Platz oder am Würstchenstand oder auf der Toilette, ob die Leute da dann Maske getragen haben, wie nah sie sich gekommen sind. Und ja, ich war nicht dort, ich kann es nicht sagen, aber mal hoffen, dass es nicht so viele Ansteckungen gab. Ich denke, ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass Leipzigerinnen und Leipziger, also jede Leipzigerin und jeder Leipziger, jemanden kennen, der vielleicht jetzt gerade in Quarantäne ist, mit dem Virus infiziert oder eben schon mal infiziert war. Ja, das Virus macht ja jetzt nicht mal mehr halt vor dreifach Geimpften und machen diese Infektion durch. Springt da irgendetwas Gutes bei raus? Ich weiß, das ist eine komische Frage jetzt, aber ja. Ja, aber die ist durchaus berechtigt. Also etwas, was ich jetzt wirklich auch erst nach zwei Pandemiejahren bei dieser Recherche gelernt habe oder zum ersten Mal gehört habe, ehrlich gesagt, ist, dass es offensichtlich zwei verschiedene Formen der Immunität gibt. Also zum einen eine zelluläre Immunität, also die Antikörper, die der Organismus nach einer Impfung oder Infektion im Blut herstellt, die schützen dann eben, wenn das Virus erneut sein Glück versucht. Aber eine andere Frage ist wohl, ob die Schleimhäute immun sind. Und durch Impfung sind sie das eher nicht. Deswegen, also das ist der Grund, warum es auch bei dreifach Geimpften das Teststäbchen in der Nase oder im Rachen im Moment so oft Coronaviren dann da heraus tupft. Diese dreifach Geimpften, die haben eine zelluläre Immunität. Das heißt, das hilft ihnen dann in den allermeisten Fällen, zum Glück, dass sie kaum Symptome haben oder nur leichte Symptome haben, aber eben nicht diese Schleimhaut-Immunität. Und Professor Lübert geht davon aus, dass fast alle Geboosterten früher oder später auch eine Infektion durchmachen, über die sie sich eben zusätzlich zu dieser zellulären Immunität, die für die Gesundheit dann wichtiger ist langfristig, zusätzlich eben auch die Schleimhäute mit Antikörpern, Wattnen. Und das ist dann vielleicht tatsächlich das, wo du gesagt hast, was dabei herausspringt, dass wir dann nach dieser Omikron-Welle mehr Menschen haben, die eben auch durch die Infektion geboosterte Schleimhäute haben, sodass das Virus, das ja über die Nase oder den Rachen ankommt, schon da sozusagen bekämpft wird und nicht erst dann, wenn es in die Blutbahn gelangt ist. Großes Fragezeichen, da bin ich aber natürlich alles andere als ein Fachmann, ist dann natürlich Long-Covid. Da weiß keiner so genau, welche, also viele Infektionen ist natürlich immer auch in der Hinsicht ein Risiko. Und es ist eben auch noch nicht so ganz klar, wie lange dann diese Immunität anhält. Trotzdem gehen also die meisten Fachleute davon aus, dass wir spätestens 2023 dann keine Pandemie mehr haben, sondern eine Endemie. Dann wird es zwar immer noch Ansteckungen geben und vielleicht auch lokale Ausbrüche, aber eben keine exponentiell wachsende Kurve mehr, wie wir sie jetzt gerade im Moment haben. Und ja, ein bisschen die schlechte Nachricht dabei gerade für uns ist, dass es so die Fachleute maßgeblich auch davon abhängt, wie gut wir durchgeimpft sind, wann wir diese neue Situation erreichen, wo es dann eben keine Pandemie mehr ist, sondern eine Endemie. Und ja, da sind wir eben in Sachsen nicht so gut. Also Lübert geht davon aus, dass Ungeimpfte drei oder vier Infektionen durchmachen, darunter auch schwere vielleicht, bis sie umfassend geschützt sind. Und ohne Impfung würde das nicht passieren, meint er? Da würde man sich eben auch infizieren, wie es viele tun, aber eben keinen schweren Verlauf haben. Und er sagt, glaube ich, dass mindestens drei Kontakte mit entweder dem Virus oder eben der Oberflächenstruktur des Virus, die man da durch die Impfung dem Körper anbietet, notwendig sind, damit der Körper da einigermaßen so eine Grundimmunität aufbaut. Und es ist natürlich angenehmer, vielleicht nur einmal leicht infiziert zu sein, um dann, oder vielleicht auch dann zweimal, ist glaube ich auch schon passiert bei Geboosterten, trotzdem angenehmer als irgendwie drei, viermal richtig Corona zu kriegen. Ja, du hast eben gerade super gut reagiert, weil ich eben gerade gefragt habe, aber auch ohne die Impfung zu haben. Ich meinte natürlich als geimpfte Person, was dann passieren würde, genau. Ist der Freedom Day, weil wir eben, wir hätten ja eigentlich einen Freedom Day gehabt, das ist ja nicht der Fall gewesen. Da wurden ja irgendwie einfach nur ein paar Lockerungen gemacht, aber auch nicht so umfassende, ist der denn eigentlich nur aufgeschoben jetzt auf den 3. April, weil da ist doch die nächste Entscheidung, wird da fällen, oder? Genau, also naja, es gibt eben dieses neue bundesweite Infektionsschutzgesetz, das eigentlich seit 20. März in Kraft ist, aber so eine Übergangsregelung vorsieht, dass sozusagen alle bundesweit geltenden Regeln noch bis einschließlich 2. April weiter gelten. Und diese Karte haben viele Bundesländer gezogen, unter anderem auch Sachsen, sodass sich da eigentlich jetzt nicht so viel verändert hat am 20. März. Und es sieht aber so aus im Moment, dass es am 3. April dann, also am Tag nach dem 2. April tatsächlich in die Hände der einzelnen Bundesländer übergeht, auch nicht mehr vom Bund geregelt wird, welche Regeln gelten. Und das sieht es in Sachsen jetzt auch so aus, ja, dass wir tatsächlich dann diesen sogenannten Freedom Day haben. Sachsens Ministerpräsident Michael Kritschmer ist ja mit seiner Idee, das zu umgehen, indem er den gesamten Freistaat quasi zur Hotspot-Region erklärt, sodass die Regeln bleiben, ja, wie bei uns in der Zeitung auch zu lesen war, bereits an der eigenen CDU-Fraktion gescheitert, sodass es eigentlich nicht sehr wahrscheinlich ist, wenn es da zu einer Abstimmung kommt im Parlament, dass sie dann dem zustimmen würden. Wobei der Freedom Day, denke ich, ohnehin eher ein Symbol ist, als es ein wirklicher Tag der Freiheit. Und falls jetzt einzelne Politiker sich am 3. April trauen sollten, dann doch über einen Freedom Day zu jubeln, was ich ehrlich gesagt auch vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, wo es ja wirklich um Freiheit geht, für ein bisschen geschmacklos halte, dann könnte so ein Politiker dann ja auch im Herbst oder Winter in Erklärungsnot kommen, falls dann vielleicht eine neue Corona-Variante uns doch alle wieder in einen Lockdown schickt. Ich meine, hoffentlich nicht. Es ist auch wirklich nicht gesagt, dass es so kommt, aber kein seriöser Experte schließt das aus. Und ich, also ganz persönlich, fühle ich mich im Alltag eigentlich trotz Maskenpflicht in Innenräumen und auch trotz der verschiedenen Gehregeln schon jetzt ziemlich frei. Also im Vergleich zu den ersten Lockdowns kann man ja eigentlich fast alles machen. Und die Beschränkungen fallen nicht von heute auf morgen, sondern nach und nach. Und ich finde es eigentlich auch persönlich ganz gut so. Kleine Anmerkung am Rande. Den Text, den Matthias eben gerade erwähnt hatte mit Michael Kretschmer, den fügen wir euch in die Shownotes rein. Da könnt ihr ihn nochmal nachlesen und aufrufen. Matthias, müssen wir irgendwann mit dem Virus leben lernen? Haben die Experten dazu was gesagt? Also ich sage die ganze Zeit Experten. Eigentlich ist es ja nur Dr. Prof. Lübert, mit dem du gesprochen hast, zu dem Thema jetzt. Genau, also hat er dazu auch irgendwas gesagt? Also ich finde, dass wir eigentlich das ja schon ganz gut gelernt haben, mit dem Virus zu leben. Und dass die Frage eigentlich eher ist, ob wir es schaffen, einiges davon auch in normalere Zeiten rüber zu retten. Also ja, also was Lübert sagt, ist, dass das saisonale Impfungen, wie jetzt schon gegen die Grippe, wahrscheinlich dann dazu gehören werden, mit dem Virus zu leben. Ich denke, so Dinge wie das in den Schulen und Kitas regelmäßig gelüftet wird und dass die Schultoiletten sauber sind, das ist sowieso eine gute Sache. Das sollte vielleicht auch nicht dann wieder von der Agenda verschwinden. Ja, viele von, also es wird sich zeigen, wie viele von uns dann vielleicht auch künftig freiwillig beim Einkaufen Maske tragen und dann, was ich auch für wichtig halte, vielleicht auch nicht schief angeguckt werden. Wie es ja in Asien auch jetzt schon, also auch schon vor der jetzigen Corona-Pandemie der Fall war. Die hatten ja zu Beginn des Jahrtausends schon mal quasi den Vorgänger des jetzigen SARS-CoV-2-Virus, nämlich SARS-CoV-1. Und ja, Professor Lübert hofft zumindest darauf, dass die Leute vielleicht, wenn dann wieder eine Welle um sich geht, dann freiwillig Maske tragen. Und er sagt, dass im Gesundheitswesen das sowieso jetzt lange bleiben wird. Und also egal, aus welchem Grund man jetzt zum Arzt geht, wird man wahrscheinlich im Wartezimmer dann langfristig eine Maske tragen einfach. Und das ist aber vielleicht auch wirklich ja gar nicht so schlecht, weil das Wartezimmer war ja jetzt schon immer, oder war schon vor Corona ein gefährlicher Ort, wo man sich irgendwelche Krankheiten geholt hat. Vor allem auch in Kinderarztpraxen. Insofern, ja, mit dem Virus leben lernen müssen wir schon. Aber ich glaube, wir sind da jetzt auch wirklich schon ganz gut drin geübt und es ist nicht so schwer. Ich denke, du sagst da was Richtiges. Vor allem, weil eine Kollegin, Fabienne Küchler und ich, haben mal eine Videomfrage gemacht in der Leipziger Innenstadt. Und viele Leipzigerinnen und Leipziger haben gesagt, dass sie trotzdem Maske weitertragen würden. Also würden trotzdem Lockerungen da sein. Wann und wo, das spielen wir euch jetzt mal ein, diese Töne. Ihr könnt es auch euch nochmal auf unserem Instagram-Kanal tatsächlich auch anschauen. Ja, würde ich trotzdem weitertragen. Warum? Weil das meiner eigenen Sicherheit dient. Gerade im Frischluft-Außenbereich oder sowas würde ich auf jeden Fall dann die Maske weglassen. Ich bin in der Regel immer froh, wenn ich sie dann absitzen kann. Also ich bin ehrlich, ich finde, es könnte wirklich langsam so ein Stück wieder Normalität einkehren. In den Straßenbahnen und in Bussen, Zügen und ja, wenn man, sagen wir, in so große Kaufhäuser reingeht. Du hast jetzt aber auch noch mit einem Psychologen gesprochen. Das hast du ja schon erzählt vorhin. Und ich habe die ganze Zeit nämlich das Gefühl, dass wir von einer Krise in die nächste schlittern. Es gibt irgendwie nichts mehr, woran man sich so festhalten kann zurzeit. Und deswegen meine Frage, wie gefährlich ist das Ganze denn für Menschen mit psychischen Vorerkrankungen? Ja, also darüber habe ich mit dem Psychologen von der Uni Leipzig, Hannes Zacher, mit einem Psychologen der Uni Leipzig gesprochen. Und er hat bestätigt, dass sich viele Menschen momentan so fühlen, dass wir in einer Dauerkrise stecken. Also Corona ist noch nicht vorbei und jetzt eben Putins Krieg gegen die Ukraine. Und das ist ja für unser aller Seelenleben nicht gut. Und für Menschen mit psychischen Vorerkrankungen, also beispielsweise einer Angststörung, kann es tatsächlich, sagt er, richtig gefährlich werden, wenn da sozusagen die Wahrnehmung, ja, dass es immer alles schlimm ist, einfach nie aufhört. Oder man nicht irgendwie mal ein Licht am Ende des Tunnels sieht. Deswegen findet Professor Zacher es auch richtig, also auch aus dem Grund findet er es richtig, dass man jetzt in Sachen Corona zumindest trotz der hohen Inzidenz eher die guten Entwicklungen hervorhebt und Mut macht, also Optimismus verbreitet. Zumal ja dieser Optimismus ja auch keine willkürliche Erfindung ist, sondern es gibt ja, da haben wir jetzt ja auch drüber geredet, auch gute Gründe, trotz der hohen Inzidenz optimistisch zu sein. Und in der Hinsicht ist für ihn ein Freedom Day eigentlich als Symbol übrigens sogar durchaus ein angebrachtes Signal an die Menschen, weil es so deutlich zeigt, es wird normaler. Also da hat Professor Zacher eine andere Meinung als Professor Lübert, der von einem Freedom Day als singuläres Ereignis überhaupt nichts hält. Ein Grund mehr, auf seine Mitmenschen immer wieder zu achten und sich umzuschauen, immer wieder Hilfe anzubieten. Ich danke dir aber auf jeden Fall für diesen Einblick und dass du uns so viel von deinen Gesprächen erzählt hast. Jetzt gleich kommt Matthias Puppe, wie gesagt. Und da sprechen wir tatsächlich auch so ein bisschen über Durchseuchung und über Zahlen und wie er sich die anschaut und interpretiert. Ich bin schon auf jeden Fall gespannt. Aber erstmal danke dir, Matthias. Schön, dass du hier warst. Bitteschön. Und danke auch. Corona in Sachsen ist die Durchseuchung nun bald erreicht. In Sachsens Gesundheitsämtern werden noch immer täglich enorme Zahlen an Corona-Infektionen registriert. Inzwischen dürfte es fast niemanden mehr geben, bei dem das Virus nicht mindestens im Umfeld schon Spuren hinterlassen hat. Ist die Durchseuchung im Freistaat nun langsam erreicht? Vor mir sitzt jetzt mein Kollege Matthias Puppe. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Du beobachtest schon seit einer gefühlt ewigen Zeit die Corona-Daten. Was empfindest du dabei? Ja, es ist langsam auch sehr anstrengend. Das muss man ganz klar sagen. Über zwei Jahre sich täglich mit Corona zu beschäftigen und auch beschäftigen zu müssen, das hinterlässt Spuren. Ich fände auch, wie alle anderen, es ist jetzt mal an der Zeit, dass es irgendwann mal Schluss ist. Aber so wie es aussieht, ist es noch nicht so weit. Wie machst du das denn überhaupt? Wie schaust du dir die Zahlen an? Kannst du da uns ein bisschen vielleicht mitnehmen, wie das so auch angefangen hat? Also ich sammle täglich Daten zur Corona-Situation vor allen Dingen hier in Sachsen und in Leipzig, die es sozusagen ja sonst nicht so in der Tagesschau überall gibt. Deswegen mache ich das für die LVZ und ich mache das seit 2020, seit ungefähr April. Einfach aus dem Grund heraus, dass sozusagen nachdem Corona anfingen, wir irgendwann festgestellt haben, dass man natürlich auch zum Analysieren und überhaupt so zum Nachvollziehen Daten braucht. Und da ich so ein bisschen so der Daten-Heinz auch bei der LVZ bin, der sich so ein bisschen mit Daten beschäftigt, habe ich angefangen, einfach alles, was dazu veröffentlicht wurde, regionale Daten, aufzuschreiben. Ganz einfach auch deshalb, weil es keine Datenportale ganz am Anfang gab. Da wurden einfach nur Informationen auf einer Webseite für einen Tag hingestellt. Nach dem Motto Leipzig, 200 Infektionen an diesem Tag und nächsten Tag war das nicht mehr nachvollziehbar. Und deshalb habe ich angefangen, das zu sammeln, in Tabellen aufzuschreiben. Und das mache ich seit April 2020 jeden Tag bis heute. Leider. Und was liest du dann daraus? Inzwischen sind das quasi sehr, sehr umfangreiche Sachen. Also das fängt, um das mal nachzuvollziehen, das fängt früh an. Da schaue ich mir bundesweite Daten an und nehme die auf. Alles, was das Robert-Koch-Institut sozusagen zur bundesweiten Situation veröffentlicht, auch sieben Tage-Inzidenzen aus den Kreisen. Und da kommen dann über den Tag hinweg, einfach weil Ämter zu unterschiedlichen Zeitpunkten Daten veröffentlichen, kommen dann da auch noch regionalere Daten dazu aus den Kreisen, aus der Stadt Leipzig, sozusagen aus der sächsischen Schweiz, wie viele Menschen sich da täglich infizieren, wie viele da sterben. Dann gibt es Berechnungen natürlich auch zu Altersgruppen. Die mache ich nicht jeden Tag, aber zumindest zu regelmäßigen Zeitpunkten, um zu gucken, wer ist jetzt gerade zum Beispiel in Sachsen infiziert. Genau. Und das sind pro Tag, sagen wir mal, 13, 14 Datensätze, die ich da bearbeite und in Grafiken umsetze, die dann auch auf der LVZ-Startseite und auf den LVZ-Unterseiten zu finden sind. Und wie weißt du denn immer, gerade wenn es am Anfang jetzt nicht so viele Datensätze gab, wie weißt du dann immer, ob das wirklich valide ist, was du da liest? Also Fake News ist schon überhaupt der Grund, warum man Daten sammelt, glaube ich. Das ist sozusagen um so ein bisschen sozusagen valide Daten oder halt Fake News etwas entgegenzusetzen. Es ist natürlich schwierig, sozusagen in jedem Fall immer überprüfbare Daten zu finden. Also das, was ich sammle, das sind behördliche Stellen, das sind Wissenschaftler, hauptsächlich aber natürlich behördliche Stellen, Gesundheitsämter, Robert-Koch-Institut, wo auch Wissenschaftler dahinter stehen. Und zum Teil kann man die Daten auch miteinander vergleichen. Man kann natürlich zum Beispiel gucken, was das Robert-Koch-Institut zu einem bestimmten Kreis veröffentlicht hat, was die da registriert haben, dann kann man das mit den lokalen Gesundheitsämtern abgleichen. Das ist nicht immer deckungsgleich. Da gibt es verschiedene Gründe dafür, aber tendenziell kann man immer sehen, ob Dinge stimmen oder ob jemand vielleicht mal einen Schlüsselfehler gemacht hat, was auch immer passieren kann. Das muss man sich auch immer klar machen. Überall sitzen Menschen, es sind keine Roboter, auch ein Gesundheitsamt gibt manchmal einen Zahlendreher ein oder so. Aber letztlich muss man schon sagen, dass verlässliche Daten, wie ich sie sehe, zumindest von Behörden kommen. Wir sind nicht von Ex-Menschen gesteuert, zumindest habe ich das bisher noch nicht gesehen. Es sind alles Informationen, die quasi schon, glaube ich, mit bestem Wissen und Gewissen von Gesundheitsämtern gesammelt werden. Und deshalb kann man die auch, glaube ich, benutzen. Es wurde ja immer wieder am Anfang auch kritisiert, dass Stadt und RKI, also jetzt die Stadt Leipzig und das Robert-Koch-Institut, haben unterschiedliche Zahlen veröffentlicht. Das irritiert die Leute immer. Und wenn man das sozusagen nachvollzieht, warum das so ist, kriegt man auch relativ schnell einen Knoten in den Kopf. Das liegt daran, einfach an den unterschiedlichen Zeitpunkten, wann Daten veröffentlicht werden. Ich kann das ja mal versuchen, ein bisschen nachzuvollziehen. Das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig sammelt den Tag über Daten, also guckt, wie viele Menschen sich infiziert haben. Dann gibt es irgendwann am späteren Nachmittag oder späteren Abend eine Meldung an die Landesuntersuchungsanstalt, die das dann quasi bei sich auf die Seite klatscht, wo dann das Sozialministerium sagt, das sind die aktuellen Daten. Und das Robert-Koch-Institut aktualisiert seine Daten immer nachts. Das heißt sozusagen, die gucken dann, was am Nachmittag in den einzelnen Bundesländern veröffentlicht wurde, sammeln das zusammen, rechnen das aus und packen das dann aber erst am nächsten Tag um 8 Uhr wieder auf ihre Seite. Und da entsteht zum Beispiel immer schon eine Differenz sozusagen, weil dann natürlich lokale Behörden dann auch wieder an dem Tag anfangen, Daten zu veröffentlichen. Und so gibt es einfach immer Unterschiede. Das ist jetzt der Versuch, das einfach zu erklären. Wenn man sozusagen noch genaue Zeitpunkte anguckt, wann Daten veröffentlicht werden, dann kann man auch sehen, wo da wirklich krasse Unterschiede entstehen können. Einfach nur zum Beispiel bei den Inzidenzen, was ja ein spezieller Wert ist, der sich sozusagen ja auf sieben Tage bezieht. Und gerade so an Montagen gibt es dann immer das große Aha, wieso ist die Inzidenz beim RKI noch so niedrig, obwohl wir heute 3500 Fälle in Leipzig hatten. Liegt einfach daran, an einem Montag hat das Robert-Koch-Institut noch die Daten vom Sonntag quasi bekommen, wo kaum jemand was registriert, während in Leipzig schon wieder 3500 neue Fälle angefallen sind und eigentlich viel höhere Zahlen da sind. Du schreibst auch immer wieder etwas zu Modellierung. Kannst du uns kurz erklären, was das ist und was genau man daraus liest? Modellierung sind quasi Prognosen von Wissenschaftlern, wie sich etwas weiterentwickeln wird, also wie sich Infektionszahlen weiterentwickeln werden. Und da haben wir das wirklich große Glück, dass wir hier in der Stadt Leipzig eine Universität haben, wo es auch ein Institut gibt, wo Epidemiologen sitzen, um Professor Markus Scholz, die solche wirklich sehr aufwendigen Wahrscheinlichkeitsrechnungen machen können und das eben auch für Leipzig und auch für Sachsen. Und grob gesagt, also ich bin jetzt kein Statistiker und das könnten nur die Wissenschaftler selbst erklären, ist es so, dass man Daten, die man hat, Verläufe, die man hat, versucht weiterzuberechnen unter bestimmten Bedingungen und dann eine Wahrscheinlichkeit reinbringt und sagt, okay, in dem Moment ist eine Öffnung geplant, wie zum Beispiel jetzt am 4. April. Das wird wahrscheinlich auf die Kontakte eine gewisse Auswirkung haben, also wird das sich auch auf die Kurve bzw. auf die Infektion auswirken. Und so versucht man dann zumindest 14 Tage, zwei Monate vielleicht vorauszuberechnen, wie sich Dinge entwickeln können. Und wie sieht das jetzt gerade aus? Also was sagen die Experten dazu? Wir haben jetzt extrem hohe Infektionszahlen, das wissen wir alle, durch die Omikron-Variante, die sehr, sehr ansteckend ist. Und das wird, ich habe gerade die aktuellste Modellierung von Professor Scholz gesehen, das wird sich natürlich auch noch ein paar Tage weiter, ein paar Wochen weiter so entwickeln, wann genau das runtergeht. Das ist gerade eine sehr schwierige Frage, da wird man auch keinen Modellierer finden, der gerade eine richtig teite Prognose macht, einfach weil es gerade sehr viele Faktoren gibt, die da reinspüren, sehr viele unsichere Daten auch. Da reden wir vielleicht gleich noch drüber, aber es gibt eine sehr große Zahl von unbekannten Infektionen, weil kaum noch alle registriert werden können, weil sozusagen die Gesundheitsämter schon seit eigentlich letztes Jahr Herbst extremst überlastet sind und kaum noch Kontaktverfolgungen aktive machen können und so. Also es ist so ein kleiner Ausschnitt, den wir jeden Tag quasi in den Nachrichten hören, aber es ist mitnichten sozusagen das, was gerade wirklich an Infektionen stattfindet. Und deshalb kann man Schwerprognosen machen. Aber jetzt grob gesagt, bis Mai werden wir uns wahrscheinlich noch mit Omikron erheblich rumschlagen müssen. Ja, wie waren das jetzt in der Vergangenheit? Haben die Prognosen da zugetroffen? Bis auf die sozusagen aktuelle Welle oder die letzte Welle, die jetzt so ein paar Tage eigentlich schon zurückliegt, war das sehr, sehr zutreffend. Das muss man einfach mal sagen. Es ist, was die Epidemiologen da der Uni ausgerechnet haben, war immer so vorausschauend, dass man eigentlich jeweils in dem Anfang des Herbstes konnten sie schon sagen, okay, es wird wirklich schlimm werden, es werden Krankenhäuser überlastet werden, es werden eine Menge Menschen sterben. Und das haben sie auch zu Zeitpunkten gemacht, wo man hätte noch reagieren können. Diese Kritik muss man, glaube ich, auch an die Politik bringen. Jetzt nur Beispiel Herbst 2020, da gab es Herbstferien. Die Politik wollte unbedingt diesen Moment noch ausnutzen und sagen, okay, Sachsen braucht die touristischen Einnahmen. Es gab aber schon eine ziemlich klare Berechnung und Vorausblicke, dass es eine sehr hohe Todeszahl geben wird. Am Ende waren nach diesem Winter 10.000 Menschen tot. Und das sozusagen hätte man sehen können. Aber natürlich immer hätte Fahrradkette. Dann denkt man, beim zweiten Mal ist es vielleicht besser, das Jahr später 2021 fast das Gleiche nochmal passiert. Auch da gab es relativ frühzeitig schon Prognosen mit der Deltawelle. Es wird nochmal ein großes Problem geben, einfach weil sehr wenige nicht geimpft sind. Und genauso ist es eigentlich auch wieder eingetreten. Am Ende waren auch in Sachsen die Krankenhäuser wieder stark überlastet. Es mussten Patienten ausgeflogen werden. Ein Unterschied ist es jetzt zur Omikron-Welle. Da gab es Prognosen eigentlich von allen Modellierern, auch von den Leipzigern, die gesagt haben, es wird sehr, sehr viele Infektionen geben. Das haben wir jetzt. Aber es gab auch die Vermutung, dass es nochmal sehr, sehr viele vielleicht Tote geben könnte. Das hat sich zum Glück bisher nicht ganz so eingestellt. Es sterben immer jeden Tag auch noch Menschen an Corona. Das sollte man sich bewusst machen. Es sind in Sachsen immer noch so 20, 30 Leute pro Tag, die sozusagen an der Krankheit, an Covid-19 sterben. Aber es sind halt eben nicht mehr die Tausende, die wir noch im letzten Jahr hatten. Wie viele Menschen hatten denn schon Corona jetzt auf Sachsen bezogen? Also Sachsen hat vier Millionen Einwohner. Offiziell, also das, was registriert sind, sind ungefähr 1,2 Millionen Corona-Infektionen. Also sozusagen ein Viertel ist irgendwann mal bei einem Gesundheitsamt vorstellig geworden und hat gesagt, du, ich habe Corona. Die Zahlen sind extrem unsicher. Das hat verschiedene Faktoren. Einmal weiß man nicht genau, wer sich doppelt vorgestellt hat. Also wer jetzt schon doppelt Corona hatte, seit Omikron wissen wir, dass man sich mehr voranstecken kann. Was aber noch ein größeres Problem ist, ist eine sehr hohe Dunkelziffer. Also spätestens seit dem Herbst letzten Jahres, wo die Gesundheitsämter eigentlich nicht mehr aktiv nachverfolgen konnten, also wo niemand mehr gesagt hat, okay, du hast jetzt Corona, wer wohnt noch bei dir? Wen hast du getroffen in den letzten Tagen? Wer hat alles Corona? Das wurde in dem Sinne nicht mehr gemacht, sondern nur noch, wer sich selber beim Gesundheitsamt meldet und sagt, ich bin infiziert, wird in dem Sinne registriert. Und das bedeutet, dass es eine sehr hohe Dunkelziffer gibt. Und die Wissenschaftler schätzen wahrscheinlich doppelt, vielleicht sogar dreimal so hoch als die bekannte Zahl. Könnte man also sagen, vielleicht haben sogar drei Millionen schon in Sachsen Corona gehabt. Klingt erstmal gut bei vier Millionen Einwohnern. Könnte man denken, jetzt sind alle bald durchseucht. Das Problem an diesem Begriff ist, dass es den eigentlich nicht mehr gibt, weil seit Omikron man sich mehrfach anstecken kann. Und dieser Punkt, den wir am Anfang der Pandemie erhofft haben, irgendwann haben es alle mal gehabt und somit sind dann alle geschützt, den gibt es einfach jetzt nicht mehr, sondern man kann sich mehrfach anstecken und man kann auch immer wieder Menschen, die vielleicht größere gesundheitliche Probleme haben, eben auch immer wieder anstecken. Das heißt, von einer Durchseuchung in dem Sinne zu sprechen oder das als Ziel auszugeben, das ist Quatsch inzwischen. Aber was bedeutet das denn jetzt für uns? Es bedeutet auf jeden Fall, dass wir weiter noch auf die Menschen gucken müssen, die noch nicht geimpft sind und die es vielleicht noch nicht hatten. Das ist in Sachsen noch immer eine sehr relativ hohe Zahl von, ich glaube, ich muss kurz nachgucken, 1,4 Millionen Menschen in Sachsen von 4 Millionen. Also ein Viertel ist nicht geimpft. Manche hatten vielleicht das Virus schon, aber trotzdem muss man damit rechnen, dass sie das theoretisch dann auch nochmal schwer bekommen können. Und gerade auch unter den Älteren gibt es immer noch Zehntausende, die eigentlich nicht geimpft sind. Und das heißt, die sind auch jetzt immer noch mit Omikron in Gefahr. Und die werden vermutlich, falls sie sich nicht anstecken oder falls sie sich nicht impfen lassen, auch im Herbst noch eine Gefahr sein oder für sich noch eine Gefahr sehen müssen. Insofern kann man schwer sagen, dass Dinge dann vorbei sind. Deswegen ist auch jetzt kein Modellierer oder kein Virologe, der sagt, das Ding ist jetzt durch irgendwann, sondern alle warnen natürlich, im Herbst kann es wieder ansteigen. Und das muss man sich, glaube ich, auch bewusst machen, dass es noch eine Möglichkeit gibt und vielleicht darüber nachdenken, wie man sich schützen kann. Wer ist denn gerade von Corona so betroffen? Also aktuell sind es vor allen Dingen wieder Kinder und Jugendliche. Das hat nach den Winterferien einen klaren Effekt gegeben. Während der Winterferien sind die Infektionen runtergegangen. Jetzt sind es wieder viele Kinder und Jugendliche. Es sind dadurch viele Lehrer betroffen, aber natürlich auch viele Familienmitglieder. Erwachsene werden krank und das geht dann so in die sozusagen berufstätigen Arbeitsgruppen rein. Es gibt sozusagen einen Vorteil für die Lage jetzt, das ist, dass Ältere weniger betroffen sind. Also die haben auch eine Inzidenz von, ich weiß nicht, 500 oder so, aber eben nicht wie 2000 in der Gruppe der Grundschüler oder so. Und das, sozusagen warum das so ist, kann man sozusagen Gründe finden dafür. Das hat einerseits natürlich mit einer gewissen Durchimpfung zu tun. Ältere sind mehr geimpft als Jüngere. Sie sind vielleicht auch ein bisschen mehr geschützt. Letztlich sehen aber viele, trotzdem viele Wissenschaftler auch die Gefahr, dass die Älteren demnächst doch noch irgendwann mal drankommen. Und deshalb wird immer geraten, vielleicht doch noch ein paar Maßnahmen beizubehalten, sich mit der Maske zu schützen und so, um diese vulnerablen Gruppen dann wenigstens bis in den Sommer zu bringen. Wie schlimm ist denn jetzt Corona? Es ist eine sehr schlimme Welle, was sozusagen die Menge anbelangt. Es sind sehr viele Menschen betroffen. Das sehen wir ja in den Betrieben auch. Und das sehen wir in den Schulen. Und das sehen wir im öffentlichen Nahverkehr. Es sind viele Menschen zu Hause. Die haben auch zum Teil erhebliche Symptome. Das heißt, die kämpfen wie mit einer schweren Grippe tagelang. Und das ist auch nicht lustig. Sie sterben aber nicht mehr. Und das ist natürlich ein extremer Vorteil gegenüber den vergangenen Wellen. Omikron geht nicht so stark auf die Lunge. Es ist sozusagen weniger krankmachend, nennt man das. Und deshalb sehen wir auch auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern eine relativ gleichbleibende Zahl von 150 bis 200 Patienten. Und da entstehen quasi nicht die erheblichen Probleme. Unterschätzen sollte man es zwar trotzdem nicht, aber es ist natürlich nicht mehr so schlimm wie die Wellen, die es davor gab. Gar keine Frage. Ja, danke Matthias für die Welt der Zahlen quasi. Ich hoffe, dass du nicht mehr so lange in Corona-Zahlen wühlen musst und dich auf andere stürzen kannst. Das fände ich auch gut. Die Prognose ist wahrscheinlich, wird es noch eine Weile so weitergehen. Ich hoffe, dass es im Sommer natürlich dann deutlich weniger wird. Da muss man dann auch nicht mehr so viele Grafiken machen. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen zur heutigen Folge habt, könnt ihr euch direkt an Matthias oder Matthias melden. Ihre E-Mail-Adressen findet ihr in den Shownotes. Und danke, dass ihr wieder zugehört habt. Oder vielleicht sogar zum ersten Mal. Dann abonniert unseren Podcast LVZ, unsere Story doch, um keine Folge mehr zu verpassen. Mir bleibt es nur noch zu sagen, passt auf euch auf und macht es gut. Bis zum nächsten Mal.